Moin, ihr Wichser! Hi! Ja, guten Morgen! Du, wahrscheinlich deine Stimme ein wenig veränderte. Kann das sein? Najo! Ich bin komm wegen die Videos hier, wo langsam so gewisse Eigenschaften sind. Du laberst auch so geschwollen. Ehrlich? Ja! Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Kannst mal sehen! Apropos aufgefallen. Na, dann ist eigentlich die Gitarre geworden. Bestimmt dieser kleine Junge da. Also meiner Schätzung nach zufolge eher die pränatale Dame. Du meinst die Trächtige? Ja, genau. Ihr sagt das doch gleich. Also ich war ja stark für den Typen mit der Ziege. Der hat mich ja mega begeistert. Scheißegal! Wir waren es auf jeden Fall nicht. Haben Sie ja auch so angestrengt. Vielleicht sollten wir zukünftig ein paar anspruchslosere Bands coveren. Das ist der Plan. Deswegen spielen wir heute Leucony. Und welchen Song da? Wir sind die Skins. Ich bin aber gar kein Skim! Ich auch nicht. Also ich eventuell ein bisschen im Herzen. Ja, keine Sorge. Die Typen sind nur bloß keine Skins. War aber damals mein erstes Konzert. Deswegen... Attacke! Ja! 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 Wir sind die Skins. Wer seid ihr? Ja reprodu crystal- Wenn ich euch sehe und erst höre, packt mich die Mut! Was habe ich denn das Skinnet mit dem Gesnauerhut? Doch das konnten wir schon immer. Mit vertrauen und darauf schwören, die eigene Wege gehen, und die Skins in euch hören... Wir sind die Skins, wer seid ihr? Bei euch, dann wird's mir nicht neu und ich sag euch ja warum Bei euch sind so kassauf, wieder politisch und dumm Ihr habt so ziemlich gegen jeden eine kranke Meinung Doch wo soll das bloß hinführen? Das lädt sich dann in der Zeitung Wir sind die Skins, wer seid ihr? 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 Wir sind die Skins Wir sind die Skins